Herzlich willkommen zu Schmulia spielt Spiele. Heute mit Julia. Ja, hallo. Und mit mir wie immer, Mika. Ja, wie immer. Wir spielen mal wieder 51 Worldwide Games. Genau. Beim letzten Mal Air Hockey und diesmal haben wir uns überlegt, dass wir Farbcode-Knacker spielen. Ein Logik-Spiel, das deinen Verstand fordert. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Farbcode-Knacker. Wie heißt denn das nochmal gleich in echt? Heißt irgendwie Mega Mind oder sowas, glaube ich. Ne, Mind. Ah, jetzt habe ich vergessen, wie das... Man kennt das unter einem anderen Namen offiziell noch, dieses Spiel. Ja, wir werden das so machen, dass wir zusammenspielen, aber nur einer steuert quasi. Also wir reden jetzt gemeinsam. Wir erklären gleich genau, wie das Spiel funktioniert, aber ich drücke schon mal auf Start. Genau. Man sieht jetzt hier, der Computer hat eine Farbkombination ausgewählt, bestehend aus diesen sechs Farben, die wir unten sehen. Aber er hat nur vier ausgewählt. Was unsere Aufgabe ist, ist es jetzt innerhalb von acht Zügen herauszufinden, welche dieser vier Farben er verwendet hat und vor allem an welcher Position sie liegen. Und wir haben, glaube ich, nicht ausgewählt das Doppelte. Nee, genau. Wir haben die leichte Variante genommen. Das heißt, es kann jetzt nicht vorkommen, dass zum Beispiel hier bei den ersten beiden blau ist und dann rot und pink. Mastermind. Mastermind heißt das Spiel original. Ich kannte das tatsächlich vorher gar nicht. Unter dem Namen kennen es vielleicht einige. Da gibt es auch teilweise dann acht Farben oder zehn oder sowas. Hier sind es jetzt nur vier, aber dafür auch nur acht Runden. Das heißt, es ist alles ein bisschen komprimierter, nicht unbedingt leichter. Aber genau. Wir machen einfach mal eine random Kombination. Genau. Ich habe erst mal die ersten vier Farben genommen, die da sowieso schon unten drin sind. Okay. Keine Volltreffer, drei Treffer. Das heißt, alle richtig. Wenn alle richtig wären, hätten wir einen Riesenvorsprung. Aber so müssen wir uns ein bisschen rumprobieren. Drei Farben sind richtig, aber keine der Kugeln ist an der richtigen Position. Das heißt, ist die Frage, sollen wir jetzt einfach mal die Farben schon mal nehmen, die... Also es ist ja dann... Wir wissen, dass entweder lila oder grau vorkommen wird. Genau. Das wissen wir aus, was wir sind. Aber egal. Ich sag lila. Ich sag pink. Also pink oder grau kommt auf jeden Fall vor. Wir wissen aber natürlich nicht, an welcher Position. Das heißt aber auch, wir wissen auch, dass eins von beiden natürlich nicht stimmt. Was wir jetzt machen können, ist einfach mal das Ganze verschieben, was wir bisher hatten, und eine Farbe austauschen durch lila oder grau. Das finde ich gut. Dann würde ich vielleicht sagen, dass wir dann die erste Kugel pink machen. Lila. Oder lila. Und dann quasi wie vorher, nur ohne gelb. Also blau, rot, grün. Das ist ein Plan. Und dann sehen wir mal. Machen wir, vielleicht um das zu kurz zu erklären, um reinzukommen, damit wir jetzt möglicherweise alle Farben vorkommend haben. Und eventuell ja durch diese leichte Verschiebung, die wir gemacht haben, testen wir, ob schon einzelne Sachen an der richtigen Stelle sind. Und genau das überprüfen wir jetzt. Und nein. Keine Volltreffer, kein Treffer. So, jetzt müssen wir nachdenken. Das ist immer der Uneinigene. Okay, das ist jetzt schwierig, weil es könnte natürlich sein, dass in der ersten Runde beispielsweise gelb, grün und rot richtig waren, aber blau nicht drin ist. Jetzt könnte es natürlich sein, dass... Ah ne, das kann nicht sein. Im Moment. Gelb, grün und rot. Das kann nicht sein, weil... Doch, das könnte sein, weil wir haben ja lila reingetauscht. Wenn lila auch noch wäre, würde... Aber es macht keinen Sinn, weil in der ersten Runde hat ja auch eins gefehlt, beziehungsweise eins war nicht richtig. Und wir haben ja die gleiche Reihenfolge wie in der ersten genommen, nur, dass wir gelb ausgetauscht haben. Moment, da hast du recht. Es kann ja nicht sein, dass jetzt noch eine Farbe fehlt. Oder doch, Moment mal. Sagen wir mal, die richtige Kombination wäre lila, rot, grün und gelb. Dann hätte das doch sein können, oder? Dann wären in der ersten nur rot, grün und gelb richtig, und in der zweiten lila, rot und grün. Ich würde fast sagen, dass gelb auf jeden Fall richtig ist. Weil... Schwer zu sagen. Kann sein. Obwohl, jetzt bin ich, jetzt habe ich gerade aber auch irgendwie einen Knoten im Gehirn. Kannst du mal in willkürliche Reihenfolge reinmachen, lila, blau... Oder warte, ich mache das mal nicht an der gleichen Position. Ach, fuck, nee, Moment. Ich glaube, ich habe gerade den Quatsch gelabert. Ne, lila, rot, grün und gelb. Ja. Und jetzt dann noch nicht abschicken? Obwohl, nee, ich möchte mal nicht die gleiche Reihenfolge haben. Ich möchte ja hier die Reihenfolge auch austesten. Ups. Ich mache mal rot, grün... Ja, das ist ja egal. Hauptsache, wir haben eine neue... Ne, ne, es ist ja schon... Aber die gelb kann unten nicht sein. Ach so, gelb kann nicht sein, genau. Dann... Nein, das wollte ich auch nicht. So und so. Dann haben wir auch nochmal eine andere Reihenfolge als in den ersten beiden. Dann können wir mal schauen. Vielleicht ist ja eins direkt schon an der... Aber lass uns kurz überlegen, kann das überhaupt sein? Ich meine, wir haben noch viele Versuche, aber lass es trotzdem so möglichst gut machen. Also, angenommen, das wäre jetzt komplett richtig. Dann wäre im ersten Zug richtig gewesen... Also wären drei, es sind ja drei richtig angezeigt. Oder vorkommend angezeigt. Das sind rot, grün, gelb. Okay, macht Sinn. Drei von vier. In der zweiten Runde sind es rot, lila und grün. Das passt auch. Also es kann durchaus sein, dass das schon die richtige Lösung ist. Mal gucken. Okay, wir werden sehen. Mal gucken. Oh. Zwei von der richtigen Stelle, einen Treffer. Und jetzt ist es aber interessant, weil wir haben immer noch nicht alle vier Farben. Dann würde ich... Ne, Moment. Hm, ich hätte jetzt gerade fast gedacht, dass pink falsch ist. Aber das kann ja nicht sein, weil im ersten Durchgang war pink nicht drin und es war trotzdem eins falsch. Oder blau ist drin, statt zum Beispiel grün oder rot. Ja, das könnte gut sein. Das kann sein. Ähm. Ja, grün und rot hatten wir jetzt in jedem Durchgang natürlich. Genau, grün und rot, eins von beiden würde ich rausrotieren. Aber jetzt stellt sich mir noch kurz die Frage, wir haben ja grau noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht ist das die fehlende Farbe, kann das sein? Das müssen wir kurz durchdenken. Sagen wir mal, mach mal eine willkürliche Situation rein, damit wir das uns ausdenken können. Mach mal... Das ist natürlich... Ja, gut, das ist sehr schön. Wir müssen auch gucken, weil wir jetzt zwei an der richtigen Position haben. Das müssen wir natürlich auch noch rausfinden. Ja, gut. Das ist aber erstmal ein Nebensatz. Ach, ich würde mich erstmal darauf konzentrieren, welche jetzt, ähm... Was ist jetzt die letzte Farbe? Weil danach geht's tendenziell schnell hin. Ähm... So vielleicht mal? Also, dass wir gelb rauslassen? Wir haben seit dem ersten Zug schon rausgefunden, dass nicht lila und grau richtig sein können. Es kann nur eins von beiden recht sein. Nee, grau hatten wir noch gar nicht ausprobiert. Aber wir wussten ja, dass entweder lila oder grau richtig ist, weil wir schon drei vorkommend hatten. Ja. Das heißt, es kann ja nicht lila und grau sein, weil dann hätten wir ja zwei wechseln müssen. Aber es waren ja schon drei richtig. Stehst du? Ich bin gerade ein bisschen Brain AFK. Das passiert immer mal wieder in diese Spiel. Nee, aber wir hatten ja... Es gibt ja sechs Kugeln Farben zur Auswahl. In der ersten Runde hatten wir ja schon vier davon. Mhm. Und drei waren schon richtig. Das heißt, uns fehlt nur noch eine von den zwei, die wir nicht genommen haben. Also lila oder grau. Ja. Aber nicht beide. Das wissen wir. Ach so. Ja, genau. Das heißt, wir müssen, wenn wir grau nehmen, lila rausnehmen. Ach so. Ja gut, das stimmt. So, jetzt durchdenken wir das mal. Angenommen, in der ersten Runde hatten wir drei richtig. Das wären dann blau, rot und grün. Ja. Okay, das ginge noch. In der zweiten Runde hatten wir drei richtig. Das waren blau, rot und grün. Wer hätte es gedacht? Dementsprechend müsste grau auch vorkommen. Ja, deswegen... Weil lila natürlich falsch ist. In der dritten Runde... Deswegen wollte ich grau ausprobieren. Aber in der dritten Runde, und jetzt machen wir einen Fehler, hatten wir rot, grün und ja noch eine Farbe richtig. Mhm. Also eine von... Also gesetzt den Fall, dass rot und grün richtig sind, ist auch gelb oder lila richtig. Eins von beiden. Aha. Ich überlege gerade, was das heißt, welche wir austauschen können. Aber sollen wir nicht einfach mal das ausprobieren, was ich jetzt schon ausgewählt habe? Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten, weil damit verschwenden wir mehr oder weniger Zug, weil wir wissen, dass es nicht richtig sein wird. Und ich weiß nicht, ob der Erkenntnisgewinn so groß ist. Weil wir wissen, dass es nicht die vier Farben sein werden. Aber wir können zum Beispiel testen, ob grün und rot an der richtigen Stelle sind. Das stimmt. Aber lass uns doch trotzdem probieren, ob wir noch eine Möglichkeit finden, wie das mit den vier Möglichkeiten auch Sinn macht. Ich würde immer probieren... Äh, das wollte ich nicht. Moment, vielleicht ist das aber gar nicht falsch. Ach so. Ja, ich könnte mal... Ne, es ist falsch. Es ist falsch. Weil in der zweiten hatten wir genau die gleichen Farben. Ach so, genau. Aber wir hatten noch nicht gelb mit blau zusammen. Moment. Gehen wir das doch mal durch. Ne, das hatten wir in der allerersten. Hatten wir es genauso. Oh ja, stimmt. Das heißt aber, das, was wir jetzt haben... Genau. Plus... So, und jetzt gehen wir es durch. Jetzt gehen wir es mal durch. Das kann nicht sein, wegen der Position von grün allerdings. Grün müsste dann da sein, wo... Blau ist? Naja, angenommen, es ist eine von den... Mit der richtigen Position müsste es ja... Ach so, grün und pink tauschen, meinst du? Das würde ich machen, einfach. Ach, ich will immer die falschen aufzutreten. Ja, das ist ja mal ein bisschen kompliziert mit der Steuerung. So. Unintuitiv. Okay. Und dann jetzt hier pink, ja? Hier pink. Würde ich sagen, wir gucken kurz... Das war aber im zweiten Durchgang unsere Farbkombination, sehe ich gerade. Ha. Vielleicht kann es doch grau sein. Ja. Ich glaube aber, es muss dann grau und gelb sein. Probier doch mal da, wo ich... Das jetzt ist gelb. Ach so. Und darüber... Genau. Aber dann haben wir grün raus, ne? Es waren ja im dritten Durchgang auf jeden Fall zwei an der richtigen Position. Stimmt, grün muss es sein. Es könnte aber auch rot und gelb an der richtigen Position sein. Dann mach doch nochmal... Blau raus. Oder hat die Reihenfolge von den Punkten, die da sind, heißt das, dass die ersten beiden an der richtigen Position sind? Weil die ersten beiden roten Punkte... Nein, das ist... Das ist egal, ja? Ja, das ist richtig klar. Diese Informationen kriegen wir nicht. Okay. Ne, das wollte ich nicht. Lass uns mit grau denken. Bevor wir jetzt losdrücken, kann das sein, was wir hier haben? Erste Runde... Also wir gehen immer davon aus, dass der Versuch, den wir jetzt gerade haben, richtig ist. Funktioniert das dann mit dem vorherigen Versuch? Erstmal hatten wir ja rot... Also drei an der richtigen... Äh, drei... Drei vorkommende. So, das sind in dem Fall rot, gelb und blau. Das funktioniert. Die sind nicht an der richtigen Stelle. Okay, das geht. Zweiter Durchgang. Da haben wir auch drei vorkommende. Das sind blau, rot und... Da geht's nicht auf. Dann müssen wir vielleicht grün wieder reinnehmen, statt gelb. Wir könnten aber auch einfach mal testen, weil... Das wird nicht richtig sein. Okay, aber wir haben natürlich noch viele Versuche frei. Aber wir wollen natürlich so schnell wie möglich fertig werden. Aber es kann ja nicht sein, dass es rot, grün, gelb und blau ist, weil das hatten wir im ersten Durchgang. Mach doch mal gelb weg und jetzt grün hin. Ungeachtet der Position, die es natürlich nicht sein kann. Würde das denn gehen? Dann haben wir in der ersten Runde blau, rot, grün richtig. Okay. In der zweiten Runde haben wir rot, blau, grün richtig. Weiterhin. In der dritten Runde haben wir grün... Da geht es auch wieder nicht auf. Ich tendiere wirklich dazu, einfach mal auszutesten. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass es gelb und grau sein könnte. Aber wir können es austesten. Dann ist nur die Frage, was für ein Erkenntnisgewinn haben wir denn? Dann tausche aber grün und grau von der Position. Okay. Sonst macht es keinen Sinn. Ja. Wir testen es jetzt einfach mal aus. Vielleicht ist es ein bisschen anschaulicher. Wir werden es schon sehr lange hier rumrätseln. Das wird es aber nicht sein. Okay. Zwei Volltreffer, keine Treffer. Das heißt, rot und grün sind an der richtigen Position. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt auch. Aber das ist absolut hilfreich natürlich. Genau, das heißt, wir müssen nur noch zwei rausfinden. Ich hatte ja vorgeschlagen. Gelb hatte ich vorgeschlagen. Aber wir wissen bereits, dass es nicht gelb ist. Weil im ersten Durchgang war es nicht in der richtigen Position. Im dritten auch nicht. Das heißt, es kommt gar nicht vor. Gelb? Aber grau und blau kommen gar nicht vor. Es kann also nur gelb und pink sein. Mir fällt gerade auf, ich weiß gar nicht, ob wir wissen, dass grün und rot richtig sind. Achso. Es könnte ja sein, dass im dritten Durchgang rot an der richtigen Stelle ist und gelb zum Beispiel. Und im vierten rot und blau oder sowas. Aber dann würde ja angezeigt werden, dass sie zumindest drin sind, die Farben. Weil im vierten Durchgang wurde ja angezeigt, es sind zwei richtig, aber zwei kommen gar nicht vor. Ja, grau und grün zum Beispiel. Genau. Achso. Nee, 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 nee. Es ist schon sicher, dass rot und grün an der richtigen Stelle sind. Weil wir hatten nur in einem Durchgang, dass zwei Farben an der richtigen Position sind. Und das war im dritten, rot und grün. Weil gelb und pink haben wir jetzt gar nicht ausgetestet. Aber es kann doch im dritten Durchgang sein. Rot und gelb ist richtig. Wir sind doch ein Volltreffer. Ich wollte mal was ausprobieren. Jetzt haben wir wirklich nicht mehr so viele Farben. Wir haben immer noch nicht alle vier Farben und wir müssen noch die Position finden. Guck mal, guck mal, guck mal. Das bestätigt meine These. Ja, okay. Grün und rot. Nur einer von beiden ist wahrscheinlich richtig. Ja. Das heißt... Gut, gelb unten konnte ja nicht sein, ne? Wegen dem ersten Durchgang. Aber... Okay, jetzt haben wir aber echt viele Informationen. Jetzt müsste es eigentlich möglich sein. Wahrscheinlich alle, die, wenn überhaupt jemand bis hierhin zugeschaut hat, haben wahrscheinlich schon das Erraten. Wahrscheinlich. Ich würde... Ich lege jetzt einfach mal irgendetwas hin. Ja. Und dann tauschen wir im Nachgang aus, was nicht sein kann. Okay. Jetzt legen wir mal hier rot hin. Grün kann hier nicht sein. Grün... Also gesetzt im Fall rot ist hier richtig. Kommt grün aber auch nicht vor. Weil wir es sonst in jeder Position hatten. Und es ist ja nicht richtig wahr. Und hier, das wissen wir jetzt mittlerweile, dass es in der zweiten Position nicht richtig ist. Sagen wir mal blau. Sagen wir mal grau. Ich mache das jetzt wirklich wahrlos. Und... Weder grün noch blau. Gelb, aber... Das kann auch nicht sein, ne? Mh... Nee. Das kann nicht sein. Und das hier kann auch schon gar nicht sein. Ich mache mal hier gelb. Hier grau. Unten unten blau. So, und jetzt schauen wir uns an. Macht das Sinn? Im ersten Durchgang haben wir drei richtige. Das wären dann rot, gelb und blau. Das kann sein. Ja, das kann sehr gut sein. Im zweiten Durchgang rot, blau... Nein, da passt es schon nicht. Mhm. Auch, also, wir wissen... Oh, dann ist es vielleicht doch pink. Tausch mal pink gegen grau aus. Wir wissen aber auch nicht, ob rot richtig ist, ne? Kann es auch einfach grün an der richtigen Position die ganze Zeit sein? Das kann absolut sein. Oh, das ist knifflig. Das ist echt eine schwierige Runde dieses Mal. Hat nicht immer so... Ganz schwierige. So. Wir machen es mal so. Kann das denn sein? Dann ist es in der ersten Runde gelb, grün, blau. In der zweiten Runde... Blau, grün. Das kann nicht sein. Wir wissen also... In der zweiten Runde... Dann machen wir hier nochmal pink. Das kann jetzt nicht sein mit der Position und sowas. Nee, das kann nicht sein. Dann... Nee, das kann nicht sein. Doch. Doch ist... Nee. Oh je. Okay. Sagen wir mal hier, dass... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier blau. Nee. Nee, das... Grau und... Grau und pink gehen nicht. Blau kann vor allem nicht oben sein, weil das dann ja in der ersten Runde schon als... ...richtige Position angemerkt worden wäre. Wir schauen nochmal drauf. Gelb, grün, blau in der ersten Runde passt. In der zweiten Runde pink... Guck mal, ich sage auf pinke. Ja. Blau... Ist mir schon aufgefallen. Pink, blau und grün. Man muss ja auch zusammenarbeiten. Das würde auch passen. Pink, blau, grün. In der dritten Runde grün, gelb und pink. Okay. Und pink wäre dann an der richtigen Stelle und grün auch. Das würde Sinn machen bis jetzt. Vierte Runde. Grün passt weiterhin an der richtigen Stelle. Und dann brauchen wir aber noch eins. Dann muss vielleicht... Also es waren halt in der dritten und vierten Runde direkt zwei an der richtigen Position. Ja, das ist... Das verwirrt mich gerade auch. Aber lass uns erstmal mal die Farben durchgehen. In der fünften Runde wären es grün, gelb und pink. Das heißt, farblich bin ich mir 90% sicher, dass es passt. Okay. Muss es auch langsam. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Von der Position kann es nicht stimmen, wie wir schon angemerkt haben. Vierte Runde. Hatten wir zwei an der richtigen Stelle? Ich würde vielleicht blau nach unten tun. Weil im vierten Durchgang waren ja zwei an der richtigen Position. Es könnten ja grün und blau sein. Gelb muss dann hier sein. Nee, ich wollte blau nach ganz, ganz unten. Nee, pink kann nicht hier sein. Scheiße. Und hier wolltest du blau haben. Jetzt müssen wir noch ein... Achso, nee, das kann nicht sein. Stimmt. Weil pink kann ja nicht in der... Also als vorletztes sein und auch nicht an oberster Stelle. Nach wie vor können wir natürlich überlegen, ob es nicht grün richtig ist, sondern rot. Ja, das kann auch sein. Das ist, glaube ich, mit die schwierigste Runde, die wir je gespielt haben hier. Das kann schon sein. Aber ich finde es auch gut. Wenn wir es jetzt nach drei Runden erraten hätten, wäre es auch langweilig gewesen. Ja. Ich hoffe nur, dass es nicht langweilig ist, während wir hier die ganze Zeit grübeln. Es wird sicherlich langweilig. Aber vielleicht hört ihr euch das jetzt Podcast an. Dann wird es wahrscheinlich sehr langweilig. Wer weiß. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht, ehrlich gesagt. Also gelb... Sagen wir mal dritte Runde. Gelb. Grün. Nee. Pink passt nicht an dieser Position. Ich würde Pink an... Pink nach unten, oder? Ich würde... Nee, ich würde... Obwohl, ja, Pink könnte natürlich in der dritten Runde an der richtigen Position gewesen sein. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir das nicht üblich hatten. Nee, das hatten wir nicht. Blau war noch nie an dieser Position. Ja, das ist vielleicht kein schlechter Guess. Da könnten drei richtig sein. Die dritte Runde passt soweit. Die vierte Runde passt nicht mehr. Wieso? Weil wir da zwei an der richtigen Position hatten. Ach so, ja. Das würde wieder bedeuten, Blau ist unten. Aber Blau kann ja nicht unten sein, wenn Pink unten ist. Oder Blau ist unten, Gelb ist hier, Pink ist oben. Aber das kann auch nicht sein wegen der zweiten Runde. Vielleicht ist es doch Rot. Das müssen wir jetzt eigentlich knacken können. Ich sag mal, wir tauschen mal hier Rot und Grün. Ja. Das ist ein guter Guess, weil wir hatten noch nie Gelb an dieser Position, noch nie Blau an dieser Position und Pink... Ah, Pink hatten wir schon mal an dieser Position. Lass uns doch nochmal kontrollieren. In der ersten Runde hatten wir Rot, Blau und Gelb. Passt soweit. Passt soweit. Zweite Runde. Rot, Blau, Pink passt soweit. Dritte Runde. Rot, Gelb und Pink. Und Pink, ja. Passt soweit. Und Pink an der richtigen Position und Rot an der richtigen Position. Ja, das könnte sein. Das ist schon mal gut. Vierte Runde. Rot an der richtigen und Blau kommt... Blau. Ja, das passt jetzt wieder nicht. Dann muss Blau doch hier unten sein. Aber dann passt es mit der dritten Runde nicht. Und mit der fünften nicht. Scheiße. Was ist denn los? Warum so schüttelst du? Also, sollen wir dann nicht einfach mal gessen oder macht es keinen Sinn? Das Problem ist, wir haben dann wirklich nur noch zwei Runden. Und wenn wir es jetzt nicht haben mit den Farben... Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es entweder grün ist oder rot. Aber ich würde das doch jetzt mal gerne... Ich verstehe auch nicht, wieso wir es nicht lösen gerade. Ich auch nicht. Es scheint mir relativ einfach zu sein. Schreibt ab, wann ihr die Lösung hattet. Oder 1,30 wahrscheinlich. Ja. Ja, wir haben hier Rot. Kann das überhaupt... Aber grün konnte irgendwie auch nicht sein. Egal. Sagen wir Rot. Bis zur dritten Runde hat es ja gepasst, ne? Zwei an der richtigen Stelle. Ja, Rot hatten wir immer drin. Oder wir tauschen nochmal durch. Wir machen nochmal hier. Vielleicht ist das hier an der richtigen Stelle. Und da Blau. Und hier muss Blau sein, weil... Sonst passt es nicht. Okay. Und hier war was? Pink. Okay, lass uns das checken. Farblich, erste Runde, Rot, Gelb. Blau passt, zweite Runde. Pink, Blau, Rot passt, dritte Runde. Obwohl, Gelb könnte... Ja, doch. Rot, richtige Stelle und Gelb an der richtigen Stelle und Pink, kommt vor. Okay, vierte Runde. Rot an der richtigen Stelle. Ja, da ist... Blau, Blau. Achso, Blau. Ja, doch, das könnte sein. Und keine weitere. Fünftens. Bitte, lass es passen, bitte. Rot an der richtigen Stelle. Ja. Doch, probier es. Pink. Probier es. Das... Ich bin mir sehr sicher gerade, dass wir entweder eine Lösung haben oder nun... Aber was soll jetzt noch abweichen? Ja, ich probier es. Wir probieren es. Ja. Wir haben es geknackt. Sehr schön. Das war aber schwierig. Farbcode geknackt. Farbcode geknackt. Wir sind die Masterminds. Hat ein bisschen gedauert. Sorry. Drei Stunden später. Ich würde sagen, das war ein guter Erfolg. Ja. Wir haben es doch geknackt. Mit Hirnschmalz. Ich finde das ein ganz schlimmes Wort. Und haben den Farbcode besiegt. Ja, da muss man sich mal vorstellen, wie schwierig das ist, wenn da Farben doppelt vorkommen können. Ja, das erhöht die Wahrscheinlichkeit irgendwie mal zehn oder sowas. Das ist ja unfassbar. Also will man sich gar nicht vorstellen. Vorstellig. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Ciao.